Hallihallo und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal. Heute auf den Tag genau tatsächlich ungewollt, genau einen Monat. Ja, mein letztes Video am 10.02.2024, also wie gesagt nun einen Monat später. Ja, das nächste Video. Sorry, sorry, sorry. Warum, weswegen, werde ich euch jetzt in diesem kleinen kurzen Letz-Info-Video erklären und auch ein paar Ankündigungen machen. Zum einen, ich war in Urlaub gewesen und habe es mir da ein bisschen gut gehen lassen tatsächlich. Das war ein relativ, wirklich sehr spontaner Urlaub. Es ging ins Erzgebirge nach Antonshöhe. Anton, mein Kater. Und ja, da wie gesagt eine Woche gewesen und dann wiedergekommen. Und ein paar Tage später hing ich dann mit einer Grippe mit 40 Grad Fieber komplett quer im Bett und mir ging es absolut scheiße. Ich bin nachts klatschnass wach geworden. Also wie gesagt, ich kann euch sagen, diese anderthalb Wochen mit dieser Grippe, das waren wirklich sehr, sehr harte Tage. Einer meiner schlimmsten Phasen überhaupt. So, das dazu. Dann ging es weiter. Durch die scheiß Liegerei hat sich jetzt wieder mein Rücken gemeldet. Ihr wisst ja, Bandscheibenvorfall. Und ja, jetzt hänge ich hier ein bisschen mit Rückenschmerzen und pumpe mich ein bisschen voll mit Tabletten etc. 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 gehe aber auch morgen wieder arbeiten. Also soweit ist wieder eigentlich alles in Ordnung. Ich kann mich wieder einigermaßen bewegen. Und es geht jetzt natürlich auch weiter mit den Let's Plays. Ich habe sie sehr vermisst. Ich habe euch vermisst. Sorry für die lange Abwesenheit und dass keine Informationen kamen. Aber ich hatte einfach nur den Kopf voll und habe mich eigentlich nur noch auf der Couch aufgehalten. So, das zum Standpunkt, warum es jetzt leider genau einen Monat kein Video gab und keine Info von mir, beziehungsweise Lebenszeichen. Jetzt ein paar Ankündigungen zum ersten. Ja, die MOBA lebt noch. Und bei der MOBA wird es jetzt wahrscheinlich auch jetzt in der nächsten Woche ein neues Video geben. Wir sind technisch sehr gut vorangekommen. Die Elektrik ist sehr weit vorangekommen. Wir können Hauptbahnhof fast komplett auf dem Computer fahren und und und. Also es macht sehr viel Spaß. Das habe ich auch vermisst. Das geht jetzt weiter. Da könnt ihr auch wieder ein Video erwarten. Dann habt ihr ja bestimmt festgestellt, zum 31.12.2023 hat Steam den Betrieb auf Windows 7 und 8 eingestellt. Und ich habe ja einen Windows 7 Rechner. Also was musste ich machen? Ich habe mir einen neuen Rechner gekauft mit Windows 11. Der steht jetzt hier auf der linken Seite. Da habe ich mir jetzt auch schon, damit ich das nicht immer switchen muss, mir das rote Mikrofon geholt, die Audiobox und so weiter. Was man dafür alles braucht. Und auf diesem Rechner wird es dann, ich hoffe, ich schaffe es, nächste Woche dann auch endlich wieder weitergehen mit Omsi. Denn ich möchte die Karte Ruhrgebiet tatsächlich jetzt endlich mal abschließen. Und da wird es dann, wie gesagt, weitergehen. Ich muss das alles noch anschließen, ausprobieren. Aber ich denke mal nicht, dass das großartige Probleme geben wird. Also wie gesagt, die Ankündigung. Es wird jetzt heute mit Kyandia 3 weitergehen. Es wird, wie hieß mein anderes Let's Play? Discworld, genau. Mit Discworld wird es auch weitergehen. Und ja, ich bin jetzt drei Minuten am Quatschen. Irgendwie kommt mir das länger vor. Nun gut, ja, die beiden Let's Plays, wie gesagt, sind nicht pausiert. Ich habe jetzt schon wieder so viele andere Let's Plays, die ich gerne spielen wollen würde. Und dann hat man mir auch auf Steam Geschenke gemacht. Vielen lieben Dank dafür. Ich glaube, der Famschröter, der war mit dabei. Die Babsi war, ich weiß nicht, die Babsi ist eigentlich immer dabei bei mir. Da muss ich mal nachgucken, jetzt wenn ich den anderen Rechner wieder anmache. Weil, wie gesagt, hier auf dem Windows 7 Rechner, mit dem ich eigentlich alles mache und weiterhin auch alles machen werde. Insbesondere meine alten Spiele. Da funktioniert Steam ja leider nicht mehr. Muss ich nachgucken. Aber wie gesagt, vielen lieben Dank für eure ganzen Geschenke. Und ich würde sagen, das waren jetzt knapp vier Minuten Gequatsche. Ihr seid wieder auf dem neuesten Stand. Ein Lebenszeichen von mir. Mir geht es wieder einigermaßen gut. Morgen geht es wieder zur Arbeit. Und ja, heute dann also wird es dann mit Kyandia 3 und Discord weitergehen. Modellbahn Union, da habe ich auch wieder neue Videos im Schacht. Die werden wahrscheinlich auch jetzt demnächst auf dem Kanal von Modellbahn Union veröffentlicht. Könnt ihr auch gerne mal reingucken. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Wir haben heute den 10.03. und ja, ich hoffe, ihr macht noch was Fröhliches. Und dann sehen wir uns hoffentlich gleich im nächsten Let's-Info, nein, Let's-Play-Video dann wieder. Macht es gut. Bis dann. NRW bei 18. Adieu.